So, die Gewinnspielauflösung, wie versprochen, um 20 Uhr. Irgendwann ist dabei, er muss mir kurz ein bisschen helfen. Ah! Ja, hi. Hier rechts sind die Teilnehmer, die alle mitgemacht haben, 13 Stück. Insgesamt werden jetzt drei Keys verlost, der vierte wird eben um 20 Uhr gepostet. Und hier seht ihr, wer mitgemacht hat, als Beweis. Jeder ist dabei. Doppelte Kommentare zählen nicht. Hey, willst du nicht dabei sein? Das Leben kann toll sein! Ja, genau. Zufallsgenerator.net, hier hat eine Nummer zugewiesen. Zufallszeit ist zwischen 1 und 13. Also, ich drück ganz auf generieren, irgendwie sagt irgendwann Stopp. Ich fange jetzt an. Was? Also, ja. Äh, äh, Stopp. Vier. Anime and Games. Kopieren wir mal raus. Erster Key, Doppelpunkt, Anime and Games. Dann, nochmal. Los. Stopp. Zwölf. Call of Robin. Call of Robin. Call of Robin, herzlichen Glückwunsch. Dritter Key. Ich fange jetzt an. Was? Ja, ich habe angefangen. Achso, muss ich Stopp sagen? Ja. Stopp. Zwei. Der Stocki. Herzlichen Glückwunsch, ihr drei. Ihr habt ein Matchesite Key gewonnen. Schreibt uns einfach mal per PN. Und wir schreiben euch zurück. Wir werden checken auf den Key. Oder? Ja. Gut. Äh. Ja, wie per PN oder was? Also, es ist ja einfach uns eine Nachricht checken. Nein, nicht. Obwohl, Steam. Über Steam? Ja, Steam. Dann würde ich nicht einfach so veröffentlichen. Ja, gut. Dann schreibe ich euch eben eine PN. Nein. Wie machen wir das denn? Dass jeder weiß. Ja, vielleicht wissen die auch nicht, wie das geht. Ja, keine Ahnung. Einfach in die Kommentare. Ja, ganz sicher, ja. Das Beste wäre eigentlich noch immer, nicht dieses Verlosen, sondern einfach das in die Kommentare posten. Einer kommt in die Kommentare, Einti. Und somit die Schnellsten, die haben es halt, bereits bekommen es halt, ne? Einer kommt in die Kommentare. Also, ich schreibe meinen Skype-Namen rein. Ich bin eh nie in Skype-Online, also passt's. Skype-Name, Doppelpunkt, da hier und... Obwohl, ja, nicht jeder hat Skype. Ach, egal. Doch, können Sie sich ja runterladen. Steam-Name schreibe ich auch noch hin. Ich muss ja nicht jeden annehmen. So, Steam-Name und Skype-Name bei einem von beiden könnt ihr mich jetzt anschreiben. Und ich schicke euch den Key. Danke an alle, die mitgemacht haben. Ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Video. Bis dann. Wegen wen? Wegen wen? Was? Achso, ja. Okay, ciao. Wegen? Okay. Wegen wen? Wirgen?